Die Europäische Zentralbank gibt es seit 1998 als unabhängige Institution für die aktuell 17 Euro-Staaten. Ihr Sitz ist in Frankfurt am Main. Sie darf keine Weisungen von Regierungen oder Mitgliedstaaten entgegennehmen. Das vorrangige Ziel der Europäischen Zentralbank ist es, Preisstabilität zu gewährleisten. Heißt vor allem, Inflation zu bekämpfen. Außerdem, so heißt es weiter, soll sie die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unterstützen. Als Aufgaben nimmt sich die EZB unter anderem vor, die Geldpolitik des Euro-Währungsgebietes festzulegen und auszuführen. Außerdem Devisengeschäfte durchzuführen. Das Direktorium. Hier sitzen neben Präsident Draghi aus Italien und dem Vizepräsidenten Constancio aus Portugal vier weitere Mitglieder. Zurzeit unter anderem der ehemalige Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium Jörg Asmussen, der Chefvolkswirt Prath aus Belgien und zwei weitere Experten aus den großen Euro-Ländern Spanien und Frankreich. Der EZB-Rat speist sich aus dem Direktorium und den 17 Präsidenten der Nationalen Notenbanken der Eurozone. Dieser legt unter anderem den Leitzinssatz fest. Seit etwa zwei Jahren jedoch greift die EZB aber auch in den Anleihemarkt ein. Dazu heißt es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln, also Staatsanleihen, von Regierungen und Mitgliedstaaten durch die Europäische Zentralbank ist verboten. Über die Auslegung von Artikel 123 wird nun seit längerem gestritten. Unter anderem werfen die Kritiker der EZB vor, Die Verantwortlichen umgingen das Verbot durch umfangreiche Käufe über Händler. Indirekte Käufe von Staatsanleihen seien außerdem noch teurer als direkte.